So, hallo, lasst uns wieder hartfailen bei Nördel. Ich glaube, damit starten wir am besten auch gleich, oder? Ich denke damit... Hallo? Ähm, Q-Mu-Playlist? Hallo? Möchtest du bitte starten? Ah, jetztse. Ah, ich musste von vorne starten. Ah, gut. Dann werden wir wieder irgendwas doppelt dran dreifach hören, aber es macht nichts. Hauptsache Musik im Hintergrund. So. Ähm, ja. Also Nördel letztes Mal... Das Problem war ein... Seht ihr, was ich sehe? Erster Guess. Wow. Und wir haben mal Glück. Dann lasst uns doch gleich zu Nördel gehen. Ich glaube, es wäre wirklich besser, man... 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 Äh... Gibt zuerst die ganzen... Die ganzen... Ähm... Die ganzen... Ähm... Rechenzeichen auf. Dass man da gleich sehen kann, was vorkommt. Okay, es ist eine einstellige Zahl. Es kommt ein Plus vor unten Minus. So. Und eine einstellige Zahl kommt raus. Das... Das macht es interessant. Okay. Ja, wie wäre es mit... Neun... Minus... Minus... Ach, ne. Die zwei muss da stehen. Okay. Dann ist dumm. Delete. Dann machen wir doch mal folgendes. 14... Minus... Minus... Zwölf... Ähm... Wait. Andere Idee. Ähm... 10... Minus... Minus 2... Plus 1... Bis 9. Bisher alles erlaubt, ne? Bisher ist alles, wie ich es gebaut habe, erlaubt. Dann gucken wir doch mal, was passiert. Okay, keine zweite Eins. Keine Neun. Und das Minus und Plus passt immer noch nicht. Keine Null. Keine Eins an erster Stelle. Das ist schon wieder alles sehr interessant hier. Ich meine, ich überlege halt gerade, ich muss ja zwei Rechtszeichen unterbekommen. No? Ah ja, doch, das funktioniert... Ne, aber das Plus darf da nicht stehen. Also muss ich erst hoch und dann runter gehen. Okay. Okay. Und wir starten nicht mit einer Eins vorne. Das macht mir etwas Sorge. Weil wenn ich nur zwei abziehe und dann Plus rechne und dann, äh... auf eine einschlägige Zahl komme... Wie... Wie sind die Zahlen aufgebaut? So, zwei Rechenzeichen muss ich unterbekommen in sechs Symbolen. Wovon die zwei schon festliegt. Und so viele Orte hat jetzt das Minus und das Plus auch nicht mehr, wo die noch hin können. Weil direkt vor dem Istgleich kann beides nicht sein. So. Dann kann das Plus... Ja, lol. Und das Plus und das Minus kann auch nicht direkt am Anfang sein. Dann muss das Minus da sein, wo jetzt das Plus ist. Und das Plus muss da sein, wo jetzt die Null war. Viel anders geht das eigentlich schon nicht mehr. Also erst mache ich irgendwas mit Plus. Ja, natürlich geht das. Wir könnten zum Beispiel machen. 2 Plus 12 Jetzt sind wir bei 14. Und jetzt ziehe ich halt ab. Ganz viel ziehe ich jetzt halt ab. Minus 8 Und dann wäre das 6. Na? Der doppelte 2 ist bisher nicht ausgeschlossen. Es ist keine doppelte 1. Alle Zeichen dürfen da sein, wo sie sind. Ja. Okay. Gut. Gut. Haben wir wieder die Schmach vom letzten Mal etwas wettgemacht. Alter, das war... Das Problem war halt wirklich, dass ich nur... Alter, jetzt... Das Problem war halt wirklich, dass ich nur... Äh... Hier die, die... Nicht die grünen Zahlen hatte. Sondern alles noch vertauschen konnte. So, ich hatte keine einzige richtige Stelle. Und ich hatte vor allem nicht das geteilt an der richtigen Stelle. Also... Es war ganz wild. Das war ganz wild, so wie das gelaufen ist. Okay, so. Wir müssen mit L arbeiten. Dann lasst uns ins Octodal gehen und mit L arbeiten. Aktualisieren. Dann nehmen wir doch gleich mal den Level. Da habe ich gleich 2e, aber es kann auch sein, dass ein Wort 2e enthält. Also ich probiere es einfach mal aus. Ja, siehst du? Das Wort 7 zum Beispiel hat tatsächlich 2e. Also war es gar nicht so verkehrt. Dann machen wir wieder die Coins. So. Lol. Das Wort 8 einfach. Das Wort 8 ist einfach schon fast durch. Äh, dann brauchen wir jetzt noch A und U. Mh. Ort. Nehmen wir das. Da haben wir auch noch das G, das H und das T drin. Sehr gute Wörter. Sehr gute Wörter. Juti. Ähm. Eins könnte man noch machen. Eins könnte man noch machen. Das T können wir noch woanders hinsetzen. Das T haben wir jetzt 4 Mal. Aber noch nicht an der richtigen Stelle. Mh. Das I haben wir auch schon ganz oft, aber noch nicht an der richtigen Stelle. Dann machen wir mal Time. Time. Tim. Gibt's Tim die? Nein. Schade. Mein Timmy gäbe es. Oh, äh, okay, gäbe es gar nicht. Ich würde gerne mit dem T statt und das I hier hinsetzen. Und dann hätte ich gerne das M noch irgendwo. Mh. Tim. Timbu. Timbo. Timbo gibt's. Okay, gut. Timbo gibt's. Dann können wir das O auch noch kontrollieren. Das ist zwar jetzt nicht so viel, aber ich wollte vor allem das T an einer anderen Stelle haben. Das I wollte ich an einer anderen Stelle haben. Ich denke, das ist okay. Oh, ja. Oh, ja. Gebt euch Wort Nummer 3. Da haben wir jetzt schon Time. Da kann ja nicht mehr so viel hinkommen. Also, Times kann's ja nicht sein, weil das S ist ja schon weg. Ähm, was kann noch hinter Time? Der Timer. Ja, der Timer. Ich glaub, was anderes gibt's nicht. Timer. Passt. Okay. Okay, stark, stark, stark. Ähm, wir wissen jetzt bei Wort 8 auch schon, dass das I an der zweiten Stelle ist und das O an der letzten Stelle. Das macht ziemlich viele Möglichkeiten weg, weil wir dann nämlich zum Beispiel sagen können, sie, weil das darf ja nicht mit C starten, also das C darf ja nicht am Anfang sein. Söko. Sikko. Haben wir K schon ausgeschlossen? Nein. Ich probiere den Sikko. Kann ich das noch, noch kann ich es mir leisten, oder? Genau, wenn es nach dem jetzt nicht trifft, dann habe ich keinen freien Guess mehr. Okay, es ist nicht der Sikko. Es ist nicht der Sikko. So, aber jetzt wissen wir noch viel mehr. Wir wissen jetzt, dass das C vor dem O sein muss. Und dann wissen wir auch, dass es Isko geschrieben werden muss. Weil das C hat keinen anderen Ort mehr. Und dann hat das S auch keinen anderen Ort mehr. Isko. Piskko? Piskko ist ein Charakter aus Konnen, aber wahrscheinlich auch... Ja, natürlich, da die ja alle nach Wein benannt sind, ist es dann auch ein Wein oder halt ein alkoholisches Getränk. Piskko. Was auch immer das sein soll. Gibt es was anderes? Fiskko? Gibt es Fiskko? Bitte nicht. Gibt es nicht? Oh, Disko gibt es aber. Scheiße. Okay, D oder P? Okay, dann müssen wir irgendwas mit D und P noch abwarten. Wir können auch nicht hier weitermachen. Ist okay, wir können da noch nicht weitermachen. So. Wort 7. Wir haben 2 mal E. Wir haben ein B. Wir haben ein L. Das sind mir noch zu viele Möglichkeiten aktuell. Wir haben ein A, ein U, ein R, ein L. Wobei das U und das L schon festliegt. Und es nicht mit A starten kann. Ah, da gibt es auch noch ein paar Möglichkeiten aktuell in meinem Kopf zumindest. Wir gucken mal, ob wir noch Wörter haben, wo 5 Buchstaben schon da sind. S, T, O. Warte mal, das steht, das startet mit S, O. So. Das startet mit S, O. Außerdem gibt es noch ein H und ein T. Da ist auch noch viel möglich. Da ist noch einiges möglich. Aber vielleicht nicht von den Wörtern, die übrig sind. Also so, gibt es so viel, gibt es nicht. Dann kann es nicht so TH sein. Und wenn es mit TH aufhört. Oh, gibt es Sooth? Oh, shit, sowas gibt es. 2 O. Okay, 2 O wären denkbar. Aber ich darf jetzt halt nicht mehr raten. Der Nächste, die Nächste, das Nächste raten, was ich falsch habe, ist vorbei. Dann kann ich es nicht mehr auflösen. Ich muss jetzt 7 mal richtig liegen. Deswegen muss ich wirklich auf Nummer sicher gehen, wenn ich was eintippe. Okay, dann lasst uns erst mal das noch übrig lassen. Und wir überlegen, dass es Sooth sein könnte. Wäre aktuell denkbar, leider. Wort 2. T, I, B liegt fest. Außerdem gibt es ein E und ein R. Okay, das ist gut. Das ist dann nämlich Tribe. Geht gar nicht mehr anders. Geht gar nicht mehr anders. Sehr gut, Tribe. Nützt mir allerdings dann auch für die anderen nichts. Doch, vielleicht. Doch, vielleicht legt es mir woanders noch irgendwelche Buchstaben fest. Das kannst du tun. Das ist das R zum Beispiel bei Wort 6 dann an der Stelle. Ne, kann es nicht, weil da ist das U. Ja, okay. Es wird mir nichts bringen, aber ich muss es halt eingeben. So. Okay, es hat das R aber bei Wort 5 festgelegt. Das ist auch ganz gut. Wichtig. Richtig und wichtig. Weil wir dann nämlich wissen, dass das Wort, was, dass der Buchstabe vor dem R noch nicht festgelegt ist. Na? Da kommt dann irgendwo das... Oh, das könnte mal wieder dieses Frail sein. Frail oder was es noch so gibt. Das könnte Frail sein. Ah. Das ist noch alles zu ungenau. Es ist noch alles zu ungenau. Okay, lasst uns mal ins erste Wort gehen. Da haben wir A am Anfang. Dann I. Und T darf nicht am Schluss stehen. Aber mehr wissen wir auch nicht. Und M. Gut. Also ich muss auch M und T noch verbauen. Was ist A-T? A-T... A-T... Aber mit T-M kann es auch irgendwie nicht aufhören. I-T-I-T-M klingt komisch. Da muss es schon irgendwie sowas sein. Ich mach mal A-M-I. So, und jetzt ist die Frage. Ich meine, es könnte ein Wortbuchstabe nochmal vorkommen. So A-M-I-A-T oder sowas. Oder A-M-I-T. Aber eher nicht, ne? Ach ne, T darf ja nicht. Es muss jetzt das T kommen. Wenn das M da ist, muss jetzt das T kommen. Dann kann ich jetzt ausprobieren. A-M-I-T gibt es. Ich glaube, es gibt aber auch kein anderes A-M-I-T. Das ist alles Quatsch. Da brauch ich gar nicht eintippen. Brauch ich gar nicht eintippen. Wir nehmen A-M-I-T und wenn es falsch ist, hab ich halt Pech gehabt. Ganz simple Geschichte. Von Buchstaben her wäre es erlaubt. Es passt. Okay. Oh, dadurch haben wir das T bei Suf gewonnen. Aber das wusste ich schon, dass da das T ist. Ja, scheiße. Das ist tatsächlich kein großer Gewinn. Dang it. Ah, es ist schwierig. Weil wir haben halt da hinten diese Disco. Oder Pisco. Das D und das P. Ich krieg auch das D und das P. Ich werde das D und das P nicht mehr in die anderen Wörter einbauen können. Um es irgendwie zu raten. Das wird nicht mehr möglich sein. Es wird am Ende auf das Raten von Disco und Pisco noch hinauslaufen. Wenn ich alle anderen habe. Weil bei Suf würde ich nur das O dazu gewinnen. Also das ist ja kein Gewinn. Was ist jetzt da das Wort Fünf? R R L Und toll, wir wissen, dass das I nicht in der Mitte sein darf. Lass mal mit I starten. Ir Aber jetzt... Jetzt muss ja irgendwann noch das A kommen. I R A Gibt es Irrfall? Gibt es Irrwahl? Gibt es Irrdal? Irrpal? Irrksal? Irrzahl? Gibt es alles nicht? Ach, ne. Dann starten wir nicht mit I. Wir starten wahrscheinlich mit dem Buchstab... Oh ja, jetzt hatte ich ja schon mal gesagt, dass das Frail sein könnte. Richtig. Richtig. Das hatte ich ja schon mal gesagt. Dass das Frail sein könnte. Gibt es was anderes, was man so bauen kann? Prail? Nein. Drail? Oh, ne. Drail gäbe es auch. Und da haben wir wieder das D. Ich könnte also so das D zwar testen, aber es ist gleichzeitig ein Ratespiel. Scheiß. Okay. Aber dann würde ich auf Drail gehen, weil wir dann eventuell zumindest hinten noch das Wort bekommen oder nicht bekommen. Weil wenn das D ausgeschlossen ist, bin ich schlauer. Bei F weiß ich halt überhaupt nichts. Ach doch, weil Fisco gab es ja auch noch, ne? Fisco gab es doch auch. Nein, Fisco gab es nicht. Okay. Okay, lasst mich mal das nächste angucken. UL. Ach, das hat man gerade schon. Wo ich nicht weiß. Wir könnten mit Ruhe starten. Rural gäbe es halt, ne? Das wäre halt nicht ausgeschlossen. Würde mir aber auch absolut keinen Gewinn bringen. In keinster Weise. Also bleibt ein Ratespiel. Ne, ich probiere jetzt. Ich probiere jetzt Trail. I don't care. Ich probiere jetzt Trail aus. Das Problem ist halt, es könnte Frail sein und da drüben trotzdem Disco. Na, das ist wieder das Ding. Ich kann nichts anderes machen. Let's go. Ja, drüben ist es Disco und da hinten ist es dann Frail. Scheiße. Also Disco. Zack. Dann machen wir Frail. Zack. Ja, war klar. Ja, dann machen wir Rural. Zack. Und dann machen wir Suv. Und das siebte Wort kriege ich halt nicht raus. Wer blieb gewesen. Okay. Hätte man vielleicht drauf kommen können. So hätte ich dann das P ausgeschlossen, wenn ich da auf das P gekommen wäre. Naja. Ich habe am Anfang zu viel eingetippt. Ich glaube, den Timbo hätte ich rauslassen sollen erstmal. Ich glaube, den Timbo hätte ich erstmal rauslassen sollen. Und da erstmal probieren, was es so gibt. Schade. Aber okay. So. Dann lasst uns Quintessential gehen. Das ist nämlich auch immer schön. Thema Metal. Äh, beziehungsweise Metall. Okay. Die Uhrzeit ist natürlich auch... Ja, das ist natürlich Schwachsinn. Ich habe es halt jetzt schon offen gehabt, das Ding. Ich habe es ja die ganze Zeit offen. Deswegen gibt es auch manchmal dieses kein Internet-Ding. Wahrscheinlich, weil der sich ab und zu mal dann disconnected. So. Egal. Was haben wir hier? Ähm, Miner. Könnte es sein, dass es der, also Miner ist. So Bergbau. Der, der Bergweiter-Typ-Dingens. Soll ich es einfach mal ausprobieren? Ich schiebe mal das I hier rein. Ich überlege nur gerade. Aber ich habe nur das, ich habe ja nur ein I. Dann kann das T auch nur da hoch. Ja, okay. Habe ich mehrere E? Ich habe mehrere E. Ähm, da oben habe ich schon ein L. Das ist nicht richtig. Also ist das L nicht das, was ich austauschen will. Dann würde ich das L jetzt mal mit dem oberen austauschen, um vielleicht Glück zu haben. Na, also ich meine, wenn ich dieses E mit diesem L austausche, ist es Quatsch, weil dieses L ja schon sagt, dass dieses Wort hier kein L enthält. Also tauschen wir jetzt mal dieses E mit diesem L aus. Ja, oh, das war sogar gut. Okay, wir haben hier den Miner. Das ist doch schon mal was. Da unten haben wir S ist nicht an der richtigen Stelle. Zwischen M kann aber auch kein S stehen. Also muss ich dieses S auf jeden Fall hier vorbringen. Das muss an die Stelle vom O. Jetzt ist nur die Überlegung, weil das O ist hier ja überhaupt nicht. Ob ich nicht dann vielleicht erst mal eines dieser beiden esse, mit dem O vertausche und dann das S kann ich ja später noch mit was anderem vertauschen, wenn ich die Idee habe, was da reinkommt. Ich glaube, so machen wir es mal. Aber auch da oben kann ich mir Hallo, kann ich mir fast nicht vorstellen. Aber ist egal, wir tauschen mal dieses S aus. So, jetzt ist kein weiteres S mehr drin. Oh, das O ist sogar richtig. Das O ist sogar, also richtig im Wort. So. S, M, L. Was könnte da hin? Ein zweites L wäre denkbar, aber es... Ah, es meldt! Es meldt! Okay. Ich habe nur das A hier und hier. Also das E muss so oder so hier raus. Die Frage ist, wo ich das A hinsetze. Aber da ich noch nicht weiß, was hier von Wort rauskommen wird und ich das auch noch nicht so gut abschätzen kann... Wird ich ver... Ich sag mal, das ist Bra. Irgendwas mit Bra. Weil hier ist ja noch ein B. Das ist hier falsch, das B. Das B kann ich mir da oben nicht vorstellen. Das B kann ich mir aber auch da unten nicht mehr vorstellen. Also weiß ich ja, dass es da nicht mehr ist. Deswegen denke ich fast, dass das B hier in dem Wort steckt. Und dann könnte das A auch in dem Wort stecken. Es könnte aber auch Arp irgendwas sein. Aber ich sag mal Bra irgendwas. Ich setze das A jetzt mal hier hin. Ja, es war richtig. Nice. Okay. So. Jetzt das T kann ich nur mit dem S austauschen. Also kann ich jetzt erstmal nichts anderes machen, als das T hier runterschieben. Oh, das S passt sogar an der Stelle. Okay. Dann haben wir Boas. Ja, wir haben Boas. Dann kann ich nur das E mit dem T hier austauschen. Geht leider nicht anders. Ich vermute nicht, dass das E da richtig ist. Aber ich kann es dann nur darunter sein. Es ist sogar richtig. Start. Dann kann ich das hier auch austauschen. Dann ist das nämlich Steel. Und dann haben wir jetzt. Ja, okay. Jetzt muss ich noch zwei Züge machen. Dann habe ich hier das. Und dann hier so. Nice. Alloy, Brass, Steel, Miner und Smelt. Ja. Thema Metal passt ganz gut. Okay. Cool. Cool, cool, cool. Das war schön. Also Quintessential ist auch wieder sowas. Ne? Das ist ähnlich wie Nördel, wo du wirklich gut mitdenken kannst. Wo du jetzt nicht so. So ein bisschen kannst du ja hinarbeiten, wenn du weißt, welche Buchstaben wo hinkommen, dass du weniger Züge halt hast. Aber selbst wenn man mal ein bisschen mehr Züge hat, dann wäre es halt so. Das ist jetzt auch nicht dramatisch. Schönes Spiel. Schönes Spiel. So. Ist das Bomberman? Ja, ne? Genau, Bomberman Hero. Habe ich auch schon Let's Played. Hätte ich jetzt nämlich gleich fast wieder Lust, das zu Let's Playen, wenn ich es jetzt höre. Aber habe ich ja schon gemacht. Gerne anschauen. So. Wer es noch nicht gesehen haben sollte. Okay. Lasst uns kurz utakeln. Wir haben ja bei L. Und da weiß ich doch schon wen kann, welchen Charakter ich auf jeden Fall reinnehme. Nämlich Luffy. Der beschockt mir ein U. Okay. Leider kein L mehr vorne. Somit kann ich schon wieder mit L nicht weitermachen. Urbos. Ach so, Urbosa geht nicht. Gibt es Urbos? Alleine Urbos? Gibt es nicht. Schade. Urbos. 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 Schreibt man den so? Ja, den schreibt man so. Okay, der war es nicht. Urbos ist auch nicht vorne. Hm. Erstmal S vorne sein und das Urbos woanders hinsetzen. Urbos ist auch nicht vorne sein und das Urbos ist auch nicht vorne sein. Muss ja auch nicht Smooth sein. Ist ja nur eine Idee. Kann ja auch Snur. Oder Slup. Oh. Schlup. Als Pokémon. Wie rieche traf ich hier Pokémon Namen? Ich darf Pokémon Namen. Und das S ist vorne. Aber kein... Oh, das P hätte ich allerdings nicht... Das P hätte ich gar nicht reinsetzen dürfen. Okay. Und das U ist immer noch nicht richtig. Also das U hat kein Glück bisher. Das U ist jetzt vierter oder fünfter Buchstabe. Hm. Okay. Also wir starten mit S. King fällt mir ein Name ein, der mit S anfängt und mit U aufhört. Mit U hören viele japanische Namen auf. So keine Ahnung. So was wie... Sanyu. I don't know. Hätt's geben können. Oder Sanyu. Na? So. Hätt's halt geben können. Ähm. Oder... Oder... Satu. Oder... Oder... Satu. Warum gibt's solche Namen nicht? Das ist frech. Oh, Samus! Samus! Och, schade. Oh, das... Das U ist wirklich ganz hinten. Es hat einfach kein Glück, das U. Unfassbar. Okay. Also jetzt wissen wir, dass es mit U aufhört. Hm. Ey, aber was zur Hölle, ne? Das U ist einfach wie so eine Treppe hier. Also wir hören mit U auf. Was könnt ihr da dazwischen? Wir haben kein zweites S. Wir haben kein A. Wir haben kein M. Hm. Keine Samus. Schade. Ich war echt... Ich hab mich echt gefreut über meine Idee mit Samus. Naja. Skitu gibt's bestimmt. Schade. Die Frage ist halt wieder, ist es ein komischer Name oder ist es was, was ich kennen könnte? Was weiß ich? Schnu. Was könnte es noch geben? Wahrscheinlich kein SCH, na? Wäre komisch. Schwu. Stuh. Ne. Ich weiß nicht. Schu. Auch nicht. Ne, dann ist... Ich glaube, dann ist SCH vorbei. Okay, lasst mal. ST geht noch. Stiku würde auch noch gehen. Gibt's das? Nein. Gibt's das mit C? Stiku. Warum gibt's diese ganzen Namen nicht? Stiku. Das sind Namen, die könnte es doch geben. Stidu. Stivu. Stivu. Manu. Frech. Okay, ST gäb's ja auch noch. Stiku. Stedu. Stiku. Stenu. Frech. Steh, du. Kein Glück mit meinem Stay. Kein Glück mit meinem Stay. Okay. Hmm. Es ist... Das ist jetzt halt das Problem. Das wird irgendein Name sein, den ich absolut gar nicht kenne. Und das nächste Problem ist halt, dass ich kaum Namen auslösen kann. Also, selbst das, wo ich denke, das könnte ein Name sein, löst sich halt nicht aus als Name. Das ist schlecht. Das ist ganz schlecht. Okay, irgendein anderer Name mit S ohne U ist jetzt erstmal wurscht. Einfach, dass ich ein bisschen testen kann. Ich würde mal das N gerne noch testen. Ich mach mal Sinon. Dann haben wir auch das I getestet. Es ist ein N in der Mitte. Okay. Es ist ein N in der Mitte. So, jetzt muss ich aber richtig liegen. Was kann zwischen S und N? I ist raus. U ist raus. E ist noch da. Was anderes kann eigentlich fast nicht zwischen E und N. Äh, zwischen S und N. Ne? Spin, skin. Okay, SH könnte noch. SH, schn. So, was weiß ich. Schnoi. Nee. Also, glaube ich nicht, sowas. Ja, glaube ich nicht, SH. Also, ich denke, SEN. So. SEN. Ja, und dann hatte ich schon Sentu. Sentu klingt halt voll nach einem Anime-Name. Dann hat nicht... Senoi? Ich meine, jetzt kann ich jetzt... Muss ich ja nur die Buchstaben durchprobieren. SENQ. SENDU. SENXU. SENSU. SENWU. SENKU. SENBU. Äh... SENHU. SENGU. Was habe ich noch nicht? SENSU. Ne, kein zweites S. Es ist kein SEN? Was ist denn... Was kann denn noch zwischen S und N stehen? Hä? Da habe ich jetzt wieder irgendeins ausgelassen. Gehen wir es nochmal durch. Ich fange mit Q an. SENKU. Jetzt kommt W. SENWU. Jetzt kommt E. SENOI. SENIU. Oder irgendwie so. Jetzt kommt das T. SENHU. So, zweites U kann es nicht sein. Jetzt kommt noch... Das zweite S kann es auch nicht sein. Jetzt kommt das D. SENHU. G. SENHU. SENHU. SENYU. Ich habe das J ausgelassen. Ah, okay. Tokyo Revengers sagt mir sogar was. Aber den hätte ich nicht gekannt. Ah, mein erster Sechser hier. Okay, so. Ähm. 33 Sekunden. Dann... Äh, Minuten. Machen wir halt noch die beiden deutschen Dinger. Also nicht die... Ich meine die beiden kurzen Dinger, wollte ich sagen. Kein Quirtle, sondern hier das deutsche Wirtle und das englische Wirtle. Das sollte dann in Ordnung sein. Äh. Leid. Ah, keine Leiter geht nicht. Leide. Will er nicht. Li. Li. Ne, geht auch nicht. Äh. Leute. Das geht. Es ist zweimal E, aber egal. Vielleicht kommt es ja vor. Okay, kommt nicht vor. Schade. Okay, L ist nicht am Anfang. Damit hat sich das L schon wieder verabschiedet. Vom Anfang. Okay. Pl. Pluto. Es ist bestimmt... Ne, Pluto kann... U und T wahrscheinlich auch, gell. Ähm. Pl. Okay, kein Pl. Mh. Der Pfahl. Es ist bestimmt der Pfahl. Hundertprozentig ist es der Pfahl. Okay, das L ist immerhin jetzt einmal an der richtigen Stelle gelandet. Das ist doch schon mal was. Ähm. Ähm. Joa. Okay, wir könnten mal den Groll probieren. Den gibt es auf jeden Fall noch. Kein zweites L, kein G, R, O. Welche Buchstaben hat dieses Wort überhaupt? Äh. 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 Jetzt wird es langsam echt interessant. Ähm. Welche Vokale habe ich noch zur Verfügung? Ich habe nur noch das I. Alle sind raus. Es muss ein I vorkommen. Ins. Insel. Nein, das I geht nicht. Keine Insel. Aber das I muss jetzt irgendwo vorkommen. Ähm. Aber kein zweites L. Entweder zwei I oder das I ist einfach wirklich passend. Ich möchte das I. Ich möchte das I. Wo kommt das I hin? Oh, ich hätte da was. Vinyl. Das ist bisher nicht ausgeschlossen. Okay, das I ist an der Stelle. Wir haben ein V auch am Start, aber nicht am Anfang. Das ist auch wieder interessant. Okay, dann muss das V aber nach dem I kommen, weil V, L klingt komisch. Okay. I, V und dann L. Aber was kann zwischen V und L noch stehen? Nein, das müsste ja fast ein zweites I sein. Zivil. Zivil. Dang. Okay, zivil war es. So, dann normales Würdel. Ähm. Luth? Hä, das gibt es gar nicht. Rech. Komm, dann machen wir lose. Ist mir egal. So. Okay, wir können... Ne, wir können nicht weiter mit L üben, weil L ist raus. Schade. Ähm. Äther. Okay, zwei E sind sogar dabei. Cool. Ihr merkt, ich spiele jetzt einfach nur noch so, ne? Normalerweise ist es voll unglückgleich, ein zweites E zu vermuten, aber ich spiele einfach halt irgendwas. Okay. Re... Rebell. Ne, L ist raus. Re... Gibt es Reben im Englischen? Nein. Dann ist kein Rebe. Ähm, Re... Re... Ne, keine Ehre da hinten. Re... Gibt es Raven? Nein. Ich meine, muss ja auch nicht so aufgebaut sein, wie ich es gerade mache. Oh, der Raven. Den gäbe es. Den Raven gäbe es. Ja, let's go. Wie? Ist doch ein E. Ah, ein zweites E. Ja, stimmt. Ich wollte ja mit Re anstarten. Anfangen. Upsala. Ja, ja, ich wollte ja mit Re anfangen. Aber dann muss jetzt ein Buchstabe kommen und dann wieder ein E. Der Punkt ist aber, es kann jetzt eigentlich kein anderer Buchstabe nach dem R kommen, außer dem E, wenn es dieses zweite E gibt. Und das zweite E ist nicht dahinter. Also ganz am Schluss ist das zweite E halt auch nicht. Und ich kann nach dem R kaum einen anderen Buchstaben finden, der dazu passen würde, dass danach zwei E kommen. Das E muss hier sein. Oh, aber das R muss nicht hier sein. So könnte es sein. Trees. Oh, das S hätte ich... Ja, das S hätte ich nicht. Ja, scheiße. Das S war schon vorher draußen. Oh, das T war auch... Haben wir gerade keinen Hard-Mode drin? Doch. Das heißt, das durfte ich sogar trotz Hard-Mode machen. Faszinierend. Oh ja, das geile Lied wieder. Da gehe ich jetzt wieder so lange gedanklich mit. So, aber jetzt wissen wir, dass das E wirklich da ist, wo ich es vermutet habe. So, aber ich meine, das R könnte noch in der Mitte sein, dass wir E-Rä in der Mitte haben. So, E-Rä. Ja, könnte da... Was könnte dann vor dem E sein? Eigentlich so viel... Ziemlich viel bisher noch. So, keine Ahnung. Direkt. Na, aber das könnte man so bauen. Oder... Päre... Päre... Weiß ich nicht. Kehre... Zere... Zere... Das Zerem... Zere... Nein... Zereb... Nein... Zereg... Zereb... Zere... Zere... Ich meine, Zereal gäbe es, aber das ist halt nicht, ne? Zereb... Okay, lol. Das R ist auch... Okay, das R ist doch am Anfang. Das R ist doch am Anfang. So, jetzt bin ich wieder am... Jetzt bin ich wieder an der Überlegung, die ich vorher nicht haben wollte. Nämlich, welches Buchstabe packe ich zwischen E und E? Ah... Und was kommt dann ganz am Ende hin? Regen... Regen... Hatte ich, glaube ich, vorhin schon ne... Regem... Egep... Egeg... Ich wüsste nicht, was es solche Wörter gibt, aber ich probiere es halt mal aus. Regey... Egeg... 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 Ne... Alles Blödsinn... Alles Blödsinn... Alles Blödsinn... Aber was kommt dann hin? Hmm... Hmm... Reppel würde gehen. Nein, das L ist doch... Das L ist doch schon raus, du Trottel. Ja, soweit war ich auch schon. Ja, jetzt ist vorbei. Jetzt ist es vorbei. Jetzt ist es vorbei. Ich wüsste nicht, was da hin soll, was da hin kann. Re... Re... Kann das irgendwie mit EZ aufhören? So... Keine Ahnung... Reans oder so... Keine Ahnung... Renex... Ey, ich hab... Ich hab keinen Plan, ne? Merkt man vielleicht gar nicht. RIN-JU! Ah, das W hinten... Juh... Ja, RIN-JU... Okay... Jetzt hab ich zwar ein Wort gefunden... Ne... Mit Re... Hätte ich jetzt das N noch gesehen, dann hätten wir Rene gehabt. Rene... Dann wär ich... Ah... Mann, das Repel ärgert mich. Weil das Repel hätte es nicht gebraucht. Scheiße. Ah, okay, lasst uns noch in Global reingehen. Ähm... Laos... War es zwar letztes Mal, aber das wär was mit L. Okay, da sind wir überhaupt nicht in der Richtung. Ähm... Lithuania... Ey, es gibt viele Länder mit L. Oh, da bin ich gar nicht so schlecht. Okay, dann lass mal weitermachen mit Finnland. Äh... Finnland... So... Ähnliche Farbe. Sweden... Wird das jetzt dunkler? Ne, Lithuania war noch näher dran. Okay, mach mal Poland. Okay, jetzt wird's dumm. Ach komm, ich sag nicht, das ist Germany. Okay, ähm... Check. Check. Alter... 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 Wie schreibt man das? Ist nicht doof? Hab das nicht irgendwie so? Aber wie schreibt man... Wie schreibt man die Tschechei? Äh... Check. 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 Alter, bin ich dumm? Scheiße, wie schreibt man die Tschechei? Ah, O mit C. Ne, irgendwie so. Schreibe ich... Check. Check. Wieso? Na, Alter, wie schreibt man die Tschechei? Ich bin raus. Ich kann die Tschechei nicht mehr schreiben. Ich muss nachschauen, wie man die Tschechei schreibt. Es ist ja unfassbar. C, Z, E, C... Oh mein Gott, C, Z. Ich wusste, es war irgendwo ein Z. C, Z. Oh yes. Hä, wie invalid. Hä, habe ich es jetzt... Habe ich es jetzt falsch geschrieben? Fehlt ein S hinten? Check. Ach, Tschechia. Ach, Tschechia. Oh, da ich habe das A nicht gesehen. Ups. Tschechia. Ähm... Wir könnten in die Richtung weiter gehen. Ich würde fast sagen in die Richtung. Ja, dann käme halt schon wieder fast die Ukraine, ne? Ja, lass halt nochmal die Ukraine nehmen. Hat man zwar irgendwie schon mal, glaube ich. Aber, ja, wäre halt denkbar. Man... Wie schreibt man denn das? Oh, die ist noch dunkler. Dann vielleicht Moldav... Ah, wie schreibt man das jetzt wieder? Moldawie? Wie schreibt man das? Habe ich schon mal nachgeschaut, ne? Ähm... Moldova. Ah ja, Moldova. Richtig. Ich merke es mir aber auch halt nicht. Ich merke es mir halt auch einfach nicht. Moldova. Das ist es... Das ist jetzt wieder heller. Ach komm, es wird doch nicht Russia sein. Das riesige Russia. Ne, auch nicht. Ja. Aber wenn die... Das ist was, was ich schon wieder nicht verstehe. Also, das ist dunkel. So, Ukraine ist am nächsten. Aber die hier sind nicht am nächsten. Und das ist aber auch wieder... Wie... Wie sollten... Also, dann kann es ja nichts hier sein. Weil sonst wäre ja das auch dunkel. Dann bleibe jetzt... Bliebe jetzt die Türkei. Ne, die ist aber auch dunkel. Also, wie kann denn Ukraine... Am dunkelsten sein... Wenn das hier jetzt nicht dunkel... Also, angenommen es wäre jetzt hier dazwischen. Ne, angenommen es wäre jetzt Belarus. Was es nicht sein kann. Also, Belarus dürfte es jetzt nicht sein. Ach, es hängt wieder. Vielleicht richtig... Richtiges Kotzen. Ja, Belarus ist auch so dunkel. Aber Bulgarien oder so kann es ja auch... Also... Hä? Hä? Da ist nichts näher an der Ukraine. Die ist ja eingebaut jetzt von Rosa. Die Ukraine ist doch jetzt eingebaut von Rosa. Dann müssten doch die auch so dunkel sein, wenn es hier was wäre. Also, da verstehe ich die Farbgebung jetzt schon wieder nicht. Ich meine, ich kann mal Hungary jetzt schreiben, aber... Wegen dem Zipfel oder was? Wegen dem Zipfel ist die Ukraine am nächsten dran. Ja, boah. Ja, okay. Moldawien ist halt wirklich dann weiter weg. Und es ist der Zipfel. Und das Land dazwischen hat man nicht. Das wäre wahrscheinlich dann auch dunkel geworden. Na, das wäre auch dunkel geworden. Ja. 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 Ja, mein Gott, ey. Ja, die... Slowakei wäre dann wahrscheinlich auch dunkel geworden. Slowakei wäre dann wirklich nah dran. Ja, okay. Ich sehe es ein. Das ist der Zipfel hier. Ich sehe es ein. Ich habe nichts gesagt. Ich sehe es ein. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Ich bin still. Und zwar wirklich still. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss. Und tschüss. Und tschüss. Vielen Dank.